Dann kann man nämlich hier so die Finger durchstecken und dann kann er weglaufen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Dann machen wir dann extra mit so, oh mein Gott, Birgit. Komm, galopp, galopp, galopp. Komm, hier, galopp. Jetzt aber schnell da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, das ist meine. Achso, ja, ich wollte zuhören. Ich dachte schon jetzt, jetzt machst du, weißt du. Nein, aber tatsächlich gibt es... Hast du es selbst gemacht? Also tatsächlich habe ich mal so eine Karte gehabt, wo Rudolf der Schatten aus Rentier war. Ich glaube, ich muss gleich gehen. Ihr seid richtig bescheuert heute, wisst ihr das? Wieso? Ich schmeiße in dein Bier. Entweder das ist oder ich bin. Also ich habe alles, was du hier genommen hast. Ich bin sofort weg. Oh mein Gott. Ich schwitze wieder. Fünf Minuten, der Stream ist aus. Ich wollte eigentlich was erzählen, dafür auch mal was sagen. Es gibt nämlich tatsächlich so Weihnachtskarten. Du läufst so wettlos, finde ich. Sag hier gar nichts mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Du hast aber wieder fünf Stunden. Und da war das so... Und da war das so... Und da war das so...